Musik Als Videoteam der Explore Science sind wir auch heute wieder unterwegs und entdecken die endlose Welt der Mathematik. Die Schülerinnen und Schüler am Zelt der Oranien-Schule aus Wiesbaden beschäftigen sich mit dem spannenden Thema der Unendlichkeit. In Form von mehreren Versuchen, Rätseln und Basteleien kommen sie der Unendlichkeit näher. Wir haben uns mit einer Probestunde darauf vorbereitet, wo die Lehrer uns das Unendlichkeit erklärt haben. Und da haben wir gelernt, wie tiefgründig Unendlichkeit eigentlich ist. Es ist wahrscheinlich noch faszinierender als im Vorhinein, weil wir jetzt wissen, wie tiefgründig und wie tief Unendlichkeit eigentlich ist. Also ja, die Faszination ist geblieben. David Hilbert war ein deutscher Mathematiker, der das Gedankenexperiment entwickelte, um das Konzept der Unendlichkeit zu veranschaulichen. Das Hotel besteht aus einer unendlichen Anzahl von Zimmern, die alle nummeriert sind. Jedes der Zimmer ist bereits mit Gästen belegt. Dennoch wird die Frage gestellt, ob ein weiterer Gast einchecken kann. Die Antwort lautet ja. Alle Gäste müssen ein Zimmer weiter in Richtung Unendlichkeit aufrücken. Hilbert Hotel ist ein Gedankenexperiment, in dem man denkt, dass das Hotel unendlich viele Zimmer hat und das Hotel unendlich viele Gäste hat. Und es kommen immer wieder neue Gäste und der Quartier muss versuchen, sie irgendwie unterzubekommen. Nicht nur im Gedankenexperiment lässt sich die Unendlichkeit darstellen, sondern auch auf künstlerische Art und Weise. Mit dem iPhone lassen sich die sogenannten Live-Fotos in Endlosschleife abspielen. Wollt ihr selber eine Endlosschleife erstellen? So geht's. Öffnet die Kamera-App auf eurem iPhone und aktiviert die Live-Foto-Funktion. Wenn ihr dann ein sich bewegendes Objekt fotografiert, wird die kurze Zeit vor und nach dem Auslösen aufgenommen. In der Galerie wählt ihr die Ansicht der Endlosschleife und schon bewegt sich euer Bild unendlich weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017